Allahu Akbar Allahu Akbar Würden wir alle den neuen Ungarn feststellen? Amin Würden wir jetzt im Paradies führen? Amin Würden wir heute noch zehn andere zu beschenken? Amin Würden wir heute noch einmal hervorrufen? Sie sind jetzt in der Welt und sollen gut sein, dass wir von der Welt auch noch einmal sagen. Sie sind jetzt gesagt, ihr uns kommt heute und seid noch nicht gekommen. Mit einem Zug aus Weidenbekommen, aus der KV Regensburg und der Saugend hergekommen. Das ist das, was ich sage. Das sind ins Weltkursorfinale, dass ihr auch vom Bekannten mitgehebtet wird. Da wird etwas von uns noch mitbekommen. Herr Dr. Christian Bauer Deniz 55. 56. bewitched 57. 58. 58. 59. 60. 61. 61. 61. 62. 61. 62. 62. 62. 63. Vielen Dank. Vielen Dank.